Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ich bin sie Katrin und heute kommt mal ein FMA mit mir und meiner Schettel am Ponystute Cookie. Auf diesem Kanal kam schon sogar ein FMA mit der Cookie, aber nicht mit mir, sondern mit der Carolina. Aber, ja. Aber, jetzt werde ich euch erstmal was zeigen und dann geht's auch schon richtig mit diesem FMA los. Viel Spaß, bis gleich. So. Ja, erstmal seht ihr hier Sternenschweif auch. Und zwar ist das hier sozusagen eine Ponybox. Cookie, komm mal hier. Hey, na. Hey Süße. Und ja, ich mach erstmal gerade mal hier auf. Und wieder zu machen. So. Sternenschweif. Gut gemacht beim Großer. So, und dann seht ihr hier, seht ihr halt hier einen Zaun und hier halt noch Zaun. Hier dieser Zaun ist aber dazu da, hier so, kann man halt bewegen. Dazu halt da, dass die Cookie, Pancake und Sternenschweif abends in getrennten Boxen sind. Und das kann ich jetzt mal kurz zeigen. Komm, Pancake. So. Dann machen wir so. Dann müssen wir hier noch schieben. Und dann sind die zwei Mausies, beziehungsweise sind die drei Mausies getrennt. So, aber jetzt gerade mal, ups, Pancake. Okay, es ist ja Mittag, da können wir sie ja zusammenlassen. Und ja, so sieht das dann halt aus. Ja. Komm Cookie. Sternenschweif. Du heißt doch wohl nicht Cookie. Pfff. 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 Ja, meine Kleine. Ja, du warst gemeint, Große. Ja, meine Kleine. Ja, Leute, es ist eigentlich ein Fürstrick, aber sie ist halt ein kleines Chatty. Deswegen passt ihr das auch jetzt nicht so gut. Deswegen musste ich jetzt sowieso sozusagen einen Halsring machen. Und ja. Komm. Warte, Cookie, steh. Ja, komm. So, jetzt tue ich aber Pancake und den Sternenschweif getrennt halten. Pancake. Süß, fein. So. So, das Foto wieder so hinschieben. Ja, und so sieht das dann jetzt aus. So, noch ein bisschen zuschieben. So. Ja, ich werde sie jetzt hier putzen, aber ich werde jetzt erstmal meinen Putzkasten holen. Bis gleich. Ja, ich werde sie jetzt hier putzen. Ja, ich werde sie jetzt hier mit unserem Leben stehen. Ja, ich werde sie wieder so�respiration. Ja, ich werde sie jetzt hier putzen. Ich werde sie jetzt hier putzen. So, ja, ich werde sie jetzt haben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 An dieser Stelle möchte ich mal nochmal sagen, auch Katrin ist zu groß für Cookie so, aber nochmal, wie gesagt, ich habe halt keine kleineren Reiter. Noch nicht. Komm, Cookie. Komm weiter. So, steck mal, da passen wir durch. Na komm. Ja, wir passen durch. So, wieder zu. Ja, super. Und backup, 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 backup. Super. Super. Und backup, 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 backup... Und klick, backup, backup, backup. So Leute, ich habe natürlich nicht alles mitgefilmt vorm Aufwärmen, aber den größten Teil eigentlich. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Stangen hier sind. Also hier liegen. Und ja. So. Hap, sap, bin wieder auf den Kuckett drauf. Und so sieht unser Mini-Parcours aus. Und den versuchen wir jetzt mal zu meistern. Na komm. Ja, gut gemacht, meine kleine Maus. Ach, Cookie. Ja, ich musste die Stangen jetzt gerade noch ein bisschen schieben, weil sonst konnten wir nicht hier das Hindernis machen. Weil die Stangen zu nah an dem anderen Hindernis, also an dem Hindernis war. Und ja, ich bin gerade wieder auf Cookie drauf. Wen es interessiert. Ja, gut gemacht. Und los. Ach Mensch. Komm, Kleiner. Ach, Cookie. Das kannst du besser, meine Kleine. So. Na bitte geht doch. Super. Ja, Leute. Ich werde noch ein bisschen so trainieren. Ich werde das aber jetzt nicht mehr mitfilmen, sondern jetzt nur noch einmal. Und ja. Ja, Leute. Wie gesagt, ich habe ja jetzt nicht alles mehr so mitgefilmt, aber halt noch einmal. Und ja. Und zack. So. Und ja. So. Alles gut. Fein gemacht. Na, Sternenschweif, da guckst du, hm? Komm, Mädchen. Na, komm, rein. Sternenschweif. Gut gemacht. Ja, ich habe gerade hier dieses Gatter, beziehungsweise dieses Soundstück gerade, ähm, wieder aufgemacht. Und ja. Cookie frisst jetzt ein bisschen. Und ich verabschiede mich jetzt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja. Bye, Leute. So. Äh. Bevor das Video nochmal so endet. Ähm. Ich weiß nicht, ob morgen ein Video kommt. Ich glaube nicht, weil ich morgen keine Zeit habe. Ich bin nämlich weg morgen. Und. Ja. Deswegen sehen wir uns wahrscheinlich. Beziehungsweise ihr hört bestimmt erst mor- äh, übermorgen war es so richtig von mir wieder. Sozusagen. Weil ja dann auch der Trailer kommt von Sternenschweif. Aber ja, morgen kommt anscheinend vielleicht, also vielleicht kein Video. Weil ich ja keine Zeit habe, wie gesagt. Und ja. Tschüss.